Ich sag euch, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Typen nicht. Ich mag den Typen einfach nicht. Oh Gott! Oh Gott! Auch wenn es ums Thema Aim geht, Chat. Äh, da kann mir keiner was erzählen bei dem Spiel. Da kann mir einfach keiner was erzählen, Digga. Der stört. Ja, der stört mich auch irgendwie, Bro. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich mag sein Gesicht einfach nicht. Guter Aim, das heißt Gutes Aim. Du brauchst Aim-Bot, ich bin Aim-Bot. Wir sind wieder drin im Game, Chat. Wir drehen erstmal am Rädchen, würde ich sagen. Oha, GG! Chat! 10.000, äh, RP gewonnen. Ist das hier alles full, oder was? Wollen wir kurz, wollen wir mit Roulette anfangen? Komm, wir starten heute mal kurz mit Roulette, Digga. Wir starten kurz mit Roulette. Mann, Chat, klatsch mir nicht voll mit dir, Jatorce. Ihr seid einfach dumm. So, Höchsteinsatz sind 10.000. Charmina, rot oder schwarz? Wenn du falsch bist, bist du dein Mod-Status los. Also, wenn du falsch ankündigst, falsche Farbe sagst. Rot oder schwarz, Charmina? Rot? Okay. 50.000 auf Rot. Charmina, das könnte es jetzt mit deiner Mod-Karriere gewesen sein. Charmi? Ja, und das war's auch mit der Karriere von Charmina. Charmina, du schuldest mir jetzt 50.000 Euro und bist deinen Mod-Status los. Sagt alle Tschüssi zu Charmina. Egal, wir haben noch Kohle-Chat. Wir gehen rüber zu Blackjack, würde ich sagen, Digga. Blackjack gibt mir mehr, da habe ich mehr Glück. Soll ich direkt all-in gehen? Erste Hand, was sagt euer Gefühl, Chat? Tschüssli, Müsli, Charmina. Ich sage euch ehrlich, Digga, ich habe kein gutes Gefühl bei der ersten Hand, oder? Wir machen einfach mal 25.000 Bette platzieren. Sechs. Zehn ist gut. Zehn gegen eine Siebeln könnten wir verdoppeln, Chat. Soll ich verdoppeln? Könnte man verdoppeln, Digga. Könnte man dubbeln. Also, ich sage euch ehrlich, wenn es jetzt echtes Geld wäre, würde ich sagen, nein, ich würde es nicht verdoppeln. Dann würde ich einfach ziehen. Aber man kann eigentlich schon verdoppeln. Soll ich verdoppeln? Ich habe Angst. Ne, ich verdoppel nicht. Ich ziehe einfach noch eine. Fuck, ich hätte verdoppeln sollen, ich Idiot. Ich sage doch verdoppeln. Hier sind wir bei 100.000, Chat. Und hört auf, mir jetzt endlich hier mein Glücksspiel reinzureden. Hört endlich auf, Digga. Danke. Nochmal 25.000. Wir machen heute kleine Brötchen backen auch, Becca. Kleine Brötchen, ciao, Alter, Chat. 17 gegen eine. 3. Wir halten. Das sieht gut aus. Die Hand gewinnen wir. Mit Ansage. 50.000, Digga. Gib mir eine 5. Gib mir eine 5, Baby. Papa braucht eure Schuhe. Ha, die könnte man splitten. Gegen ein Ass. Wir sind am Arsch, Chat. Wir sind tot, Digga. Wir sind tot. Karte. Gib mir eine 9. Das ist alles noch im Rahmen. 6. Gib mir eine 5. Gegen eine 3. Jetzt können wir gewinnen. 13 gegen eine 3, Digga. Was sagt ihr? Würde ich fast halten, Digga. Würde ich fast halten. Ich halte. Der überkauft sich. Schaut hin. 11. Es sollte heute einfach nicht sein, Chat. Es sollte heute einfach nicht sein. Das lag nicht an mir, sondern an den Wahrscheinlichkeiten. Ist aber okay. Ich hatte nämlich auch gar keinen Bock auf Casinos.